So, ihr solltet das gleich eigentlich in ein Bild kriegen. Äh, what the fuck is happening? Ja, äh, herzlich willkommen zu meinem nächsten Projekt. Tales of Vesperia in der Definitive Edition. Im Prinzip nur so eine Art HD Remaster für den Computer. Für Windows. Ähm, lautstärkenmäßig habe ich es jetzt auf 60% stehen. Äh, wir müssen einfach mal im Spiel gucken, dann wie laut oder wie leise es ist. Wenn es zu leise ist, dann schreibt ruhig in den Chat rein und dann mache ich es lauter. Ja, äh, ich kenne das Spiel nicht. Ähm, ich weiß aber halt, wieso grundsätzlich die Tales of Spiele so ein bisschen aufgebaut sind. Ich habe mal Tales of Symphonia angespielt. Tales of Vesperia habe ich komplett durchgespielt. Und, äh, ein anderes, wo mir der Name jetzt nicht einfällt, habe ich, glaube ich, nur angezockt. Aber das Spiel läuft schön flüssig mit 60 Bildern. Es ist so im Anime-Stil. Hat Anime-Cutscenes. Also, glaube ich zumindest. Ein Anime-Intro hat es auf jeden Fall. Was ich aber übersprungelt habe. Ich weiß nicht, ob es gleich kommt, wenn ich, ähm, nochmal ein neues Spiel drücke. Weil, äh, oh, Mauszeiger. Weil ihr wisst ja, wie das mit Copyright und so ist. Ja, äh, wir starten ein neues Spiel. Bin ich gespannt drauf, auf das Spiel hier. Achso, äh, ja, theoretisch, äh, muss ich noch mal ein bisschen einstellen. Ähm. Kampf natürlich auf leicht, ne? Klar, logisch. Grafikeinstellungen. Das passt. Das hat er gespeichert vom letzten Mal. Also, ich hatte es halt angespielt einmal. Und, äh, Schriftart mag ich die B am liebsten. C sieht komisch aus. A sieht auch zu komisch aus. Und B find ich gut. Oh, dammit, jetzt bin ich zurückgegangen. Jetzt hat er das nicht gespeichert, glaub ich. Äh. Goddammit. Man sollte auch lesen, was man da macht, weißt du? Okay, wir kriegen's hin. Das dauert vielleicht noch ein bisschen. Aber wir kriegen es hin. Also. Das scheint sich alles gemerkt zu haben. Äh, ich hab hier eine Sache, wo ich nicht weiß, was das ist. Objektanfrage. Stell, stell ein, mit welcher Reaktion du auf die Objektanfrage eines Freundes antworten kannst. Ich hab das mal auf Abrengung gelassen. Ja. Gut. So, so macht man's nämlich richtig. Our world. Terka Lumarays. Das ist ein, mit welcher Reaktion, wo wir leben, wo wir leben, wo wir leben, wo wir leben. Das ist ein, mit welcher Reaktion, wo wir leben, wo wir leben, wo wir leben, wo wir leben, wo wir leben. Das ist ein, mit welcher Reaktion, wo wir leben, 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 wo wir leben. Vielleicht, ein Tag, wir vielleicht sogar vergessen, die Gefahr von den Fischischen Monstern, die in der Zeit stehen. Juste über die Barriere. Die Blasdienste der Blastia... ...will bestow immer mehr Prosperität für den Welt, und Frieden für ihre Menschen. Oh, nein! Ich verstehe, was könnte die Barriere in dieser Stadt passieren? Das ist doch ein ziemlich starker Brunnen. Von der Kapitel des Imperiums, Zophius, Bedrock of Peace, Wir wünschen uns, wir wünschen uns, dass die Tranquilität die Welt gebetet hat. Wir wünschen uns, die Welt gebetet hat, wir wünschen uns, Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ja, okay, I get it Und der, dieses Hundefiecher hat trotzdem eine Pfeife im Mut Ja, wir können laufen Und wir sind so ein Edgelord, dass wir unser Schwert nicht auf dem Rücken tragen, sondern wir schleppen es die ganze Zeit in der linken Hand mit Was nach einer Zeit ziemlich unangenehm wäre, meiner Meinung nach So, unsere beliebten Speicherpunkte Yeah, wir haben gespeichert, Wahnsinn Ja, auf einmal sieht das gar nicht mehr so schlimm aus mit dem Wasser Blastia ist ein bisschen merkwürdig, äh, ich muss da wohl noch so ein bisschen hinterkommen Hey! Was machen die da eigentlich? That mage did a two-bed repair job, though. That's true. He even parted with his wife's keepsake to help raise the money. Hey, Yuri! If you're not gonna help out, stand clear! This is dangerous! Hanks, did you see the Blastia core anywhere? You know, that shiny piece in the center? Huh? Is it gone? Yeah, the Blastia won't work with the core missing. That aristocrat who came to do the repairs was the last person to touch the Blastia, right? That's right, the Mr. Mordio. And he lives in the Royal Quarter? Asshole! Forget about that, Yuri! Give us a hand here! Sorry, Hanks. I just remembered an errand I've gotta run. Hey! Wait till Serenis! You're not seriously thinking of going to Mr. Mordio's place, are ya? The Royal Quarter? Me? I wouldn't be caught dead going to a place like that. Dare it, Yuri! Just because you can do a few tricks with that Bordie Blastia, you think you're invincible! Here's hoping he doesn't do anything crazy! He always seems to cause problems when the lower quarters involved. Even the Knights have started keeping an eye on him! Well, it's just an average day for Yuri. I'm sure he'll be fine. So, we don't need to play again. First the trouble with the Knights yesterday. Now the Aquablastia breaks. Why does stuff like this happen every day in the lower quarter? I know, I know, there's no use whining about it. Oh! Ja, total nicht random oder so. Das Spiel ist ein bisschen merkwürdig. Manchmal ist das sehr leise, glaube ich, und manchmal ist es etwas lauter. Aber solange sich hier keiner beschwert, ändert ich gar nichts. Nicht? So, sind wir jetzt hier im reichten Viertel, ja? Hier ist natürlich die Welt noch in Ordnung. Danke schön, sehr nett. Who is this? Was ist die Idee? Okay. Keine Ahnung, äh... Wo wir hin müssen. Hallo. Ja, habe ich überhaupt Waffen oder so? Ich meine, ich schleppe das Schwert hier mit mir rum, aber... Ah, die unsichtbaren Barrieren. Nein, ich glaube, wir müssen... ...erst mal in der Stadt bleiben. Und ich würde mal wenden, wir müssen nach ganz oben laufen. Und ich würde mal wenden, wir müssen nach ganz oben laufen. Und wir bringen dir die Artikel, über was die meisten wichtig ist, jeden Tag. Sie sind in der Früh, der Tag auf der Nachbarn, Koffe, Doughnut? Was? Du Doughnut? Das ist doch nicht so! One epic thing has transpired today? You'll never believe it. You can read it whenever, wherever and with no effort at all. Yes, it's the Wunderlog. Put it to good use. And by the way, let's let the fact that I'm in the wall be our little secret, okay? Well then, farewell. Wunderalmanach. Ein vom Wunderreporter erhaltenes Sammelalbum mit Artikeln. Folge deinen eigenen Spuren. Dem Wunderalmanach kannst du auf die Übersicht in den Bibliotheksmenü zugreifen. Okay. Ja. Ah ja. Ich sehe. Okay then. Was hast du denn schönes? Apfelgummi. Krank des Lebens. Magisches Auge. Ja, ich gehe einfach mal die Treppe hoch. Ich glaube, da müssen wir so lang. Würde ich jetzt mal wetten. Hey, hörst du über die Blastia in der unteren Karte? Ja. Ich hörst du etwas über die Blastia und sie collectieren Geld, um es zu schützen. Das ist richtig. Ich höre, dass diese Leute so weit weggegangen sind, um ihre Treppe zu schützen, um die Geld zu schützen. Treppe, Sir? Pfft, worthless Junk. Nothing mehr. They wouldn't have gotten more than one Gald for them. Not even one Gald? I can't imagine what sort of treasures those would have to be. I'd like to have a look myself. I'm telling you. Nothing but Junk. Listen to those guys. Poor Hanks. Can we argue with them about the junk thing, though? What the? Who's there? Wow, da bringt die Rüstung ja echt viel. If you can't understand the value of Junk, you're worth less than Junk yourself. Mr. Edgelord persönlich mit seinem Schwert. Repeat, can you find the trail? So they've been taking Blastia cores from here, too. Looks like somebody's got some sticky fingers. That's the royal quarter for you. A few Blastia cores go missing, no one even makes a fuss. When just one is enough to throw the lower quarter into chaos. If they got cores to spare, they could stand to give us some. Wow. Found it. Looks like the noble's are living the sweet life as usual. The lower quarter is right there, but they still don't give a damn. It's not their loss, so what do they care? They should act, you know, noble, not just dressed nice and hide in their mansions. und wieder mal ne unsichtbare wand so this is where he lives aber reinschleichen kamera so hmmm vielleicht hier lang und schon machen wir verbotene sachen indem wir in andere leute häuser einsteigen ja der hund hat ihn erschnüffelt wird die letzte tür sein es ist immer die letzte tür das muss sein der thief hallo der borger guten abend du war mordio wof was auf die wofür ist wir haben alle siehörter ich weiß dass er leer ist aber in einem aristokratischen Haus mein mein wie die haben wir geblieben nur was ich brauchte Tweedle A und Tweedle B nur was ein Tweedle ist da 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 das das da das da Du gehst das zurück! Ich glaube genug, um den Buss zu schrauben. Du bist der Peon! Nein, nein, ich sage, ich bin dein Superstar! Ich habe den Sinema, Leute, aber lasst uns den Kat-Fight und weitergehen. 6xL Okay Ich bin dein Superstar! 3xL Oh Gott, das werden wir noch nie alles merken können! Hey, lass uns gehen! Du bist bereit? Ich bin dein Superstar! Nein, Fokus! Du bist, ich sage, meine Unterstützung! Ich glaube, ich muss diese Leute nur ein bisschen schlafen. Oh ja! Da, wie fühlst du das? Aber ich habe doch gar nichts machen können! Wie schaffst du dich! Hattet jemanden in der Mitte eines Argumenten ist gar nicht ein Problem! Hörst du mich nicht, als ich sagte, bist du bereit? Oder hörst du nicht? Verdammt! Oh, Bruder! Ah! Du! Stopp da! Sieht es so, wie ich gehe? Du! Seid ruhig! Ups, Zeit für ein bisschen Defense! Sie haben mich geschehen! Ich sage, SONIC Thrust! Oh ja, komm mal, gib mir einen Moment! Echt! Ja, ich sage, wie wirst du mich blockieren! Ich sage, wie schaffst du meine Art? Mann, du musst dich schaffnen. Wenn du hier kannst, kannst du auch nutzen, kannst du auch benutzen. Wenn du hier kannst, kannst du ja auch benutzen, kannst du auch benutzen! Okay. 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 I did it. Oh, you're not giving up already, are you? I say, Imperial Knights never give up. You have yet to see our true power. This next time's for real, guys. That's my line, I say. You're dead. You're dead. You're dead. You're dead. You're dead. Nice. How? 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 I'm fine. I think. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. You should thank me. I'm giving you some extra practice. Okay. Come on, guys. You can do better than that. I can't... And now we're in the Kerker. Looks like I won't be catching up with that carriage anytime soon. How typical of the Schwann Brigade. They can't even manage to capture a single lowlife. Captain Q. Moore? I say, our apologies for this unsightly display. I'm afraid the Imperial Knights have no use for you. What a game. Hey, come. Uh, please. Don't let Sir Schwann know about this, sir. I can't believe our taxes gotta pay you these guys. There he is. I say, that tops it all. Abandoned by his faithful pooch. Well, well. You've had a busy day, haven't you, Mr. Yuri Lowell? I'm rather busy myself, but I suppose I can afford to play with you for a while. Gentlemen! It's rats like you that make Flynn's job so difficult. Flynn? A little suffering is just what that upstart lieutenant needs. When you've finished with him, throw him in the prison as usual. You, ten days or so oughta teach him a lesson. So like I was saying, the thief made off with a priceless treasure from that noble's mansion. I know, I know. Then he was caught and the loot was returned, right? No, see, that's just nobility trying to keep things quiet. The treasure in the mansion right now is a fake. You're pulling my leg. Hey, you didn't hear it from me, bub. The Dark Wings are going nuts looking for the hideout. You mean the Thieves' Guild? Ahem. That's enough out of you. Almost meal time. Hey, neighbor. You're awake, right? You gotta be getting tired from keeping so quiet. You think that little story up all by yourself, old man? You must have plenty of time on your hands. Old man? Now you've gone and hurt this old man's feelings. Besides, I didn't make up nothing. I've got eyes and ears the world over digging up information for me. Huh. Sure you do, old man. Hey, I am what I am. Go ahead and ask me something. I'll tell you whatever you want to know. Want to know about the Pirate Guild's sunken treasure? How about the sorcerer who makes his home at the ends of the earth? Or wait, I've got it. I just want to know how to get out of here. Well, I'm not sure what you're in for. But they'll let you out if you keep your trap shut for ten days. The lower quarter will be underwater by then. The lower quarter? Ah, yeah, I heard about that. I wonder how they're all doing right now. Sorry, neighbor. That's one piece of dirt I don't have. And what am I gonna do about that damn Mordio? The Mordio? You mean to say you've got connections to the famed mage from Ospio, the City of Scholars? Do you know about him? Oh, wanna know, huh? I'm afraid that information won't come cheap. The famed mage from Ospio, the City of Scholars, right? I think I got it. Wait, that's not it. He's the, uh, the head of the Gourmet Guild. No way. It's the... Out. Oh well, just when things were getting good. Hurry up. What is commandant Alexei doing here? Alexei, Yuri, there are only Russians running around here. Whoa! Just who are you anyway? And what does the head of the knights want with you? Behind the statue of the goddess. What are you doing? I said hurry up. Alright, easy. I'm coming. I did say I was looking for a way out of here. Gefängnisschlüssel. Einen von einem fremden erhaltener Schlüssel. Kann er mich aus dem Gefängnis befreien? Nö. Aber ich brauch da noch meine Waffen. What you look at that? It opened. Bonzin. Ever vigilant as usual. With the way he's sleeping, it'll be a while before anyone notices I'm gone. If I come back before morning, I'll never be wiser to my little jailbreak. I think I can check on the lower quarter and make it back by morning. It'll probably be good to try that statue of the goddess, too. Now I am in the dungeons. Which look quite nice to be here. A while of pets, it needs a big fame also. Back again. Man, I was just in here last month for fighting some knights collecting taxes. I guess I get free meals out of it. If you can call it food. Damn. C'more has made this way more complicated than it needed to be. Okay. Leute, schläft einfach, ne? Magisches Auge gefunden. Zack, hab ich wieder mein Edge-Load-Schwert. Who's there? Ah, they spotted me. Why do I just go slow? You like that? You like that? How could this? Yeah! Easy win! Apfel-Gummi. Apfel-Gummi. Take a load off for a while. My rap sheet is long enough as it is. But I guess I don't have much choice but to fight if they discover me. I need to be wary of these guys on patrol. Naja, ich mein, wir müssen sowieso ein bisschen trainieren, also von daher. Oh, ich dachte, ich kann hier in die Türen rein. Die sind wirklich ein bisschen, äh... Oblivious. He spotted me. Und die verfolgen genau einen Meter und dann... Oh, man. Sehr faule Wache. Who's that? Why don't we just go back? I can't go back now! This is for your own good, Miss. You know that. As for the incident, we assume full responsibility and will inform the lieutenant ourselves. How can you say that when you haven't done anything to help me? Please, don't come any closer! Now, now, why don't you put that down? You'll only end up hurting yourself. I know how to use a sword! I'm afraid you leave us no choice. I'm afraid you leave us no choice. I was hoping it wouldn't come to this. Hey! There she is! This way! Please, you've got to let me go! I have to warn Flynn! Did she say Flynn? Hey! Flynn! You came to help me? Nope. Who are you? Identify yourself! Man, just when I thought I was being sneaky, things have to go to hell. Careful! I think he's gonna blast ya! It shouldn't be a problem if we take him together! Man, is this what knights do now? Don't they teach these guys manners in knight school anymore? Yeah! Well, okay then. Hey! Are you trying to kill me? Well, you don't belong in the castle, right? No, and I'll take it as a compliment that you can tell that by looking at me. Yuri lol! Where are you? You foul fugitive! I say, we know you're trying to make your escape! Oh, please, not them again. I guess there's no point in going back to the prison cell now. Louder, fools! Say it like you mean it! Lieutenant LeBlanc, your voice is too loud! My ears... Yuri lol! You're one of Flynn's friends, aren't you? Yeah, why? And you used to belong to the Imperial Knights. Just for three short months. You hear that from Flynn? Yes. Huh. Guess he managed to find someone at the castle he could talk to after all. Yuri, I need to talk to Flynn. Hold on just a second. Who are you supposed to be, anyway? I can tell you know Flynn, but why are you being chased by the knights? Over here! Listen, I want to hear the whole story, but we can't really afford to stand around and chat. First thing is first. Let's get to Flynn's place. Want me to lead the way? Uh, yes! Let's go! Und schon sind wir zu zweit. Wunderbar. Wo haben wir denn die Göttinnen... Statue? Mmmh. Something smells tasty. Oh, you're right. What could it be? Oh yeah. Isn't the knight's dining hall around here? What the fuck? Oh, you're right. What the fuck? Oh, you're right. Isn't the knight's dining hall around here? Hm? Okay. Wir haben... ...gegessen. Ein Ei! Man findet einfach so ein Ei da am Kamin, ne? Klar. Ich schätze, man kann sehr viele Gegenstände finden, wenn man... ...etwas genauer nachschaut. Braucht man ja hier auch die Zutaten zum Kochen und so. So, ich kann die hier einfach... ...umlaufen. Aber man könnte auch gegen jeden kämpfen und würde Erfahrung kriegen. Ich glaube, wir können das machen. Ja! Easy win! Also warum soll ich da ausweichen? Die sind so einfach. What the fuck is now happening? Why am I glowing? Sorry. Hab ich ein Level aufgelevelt? Deswegen vielleicht? Prüfen, ja. Aber ich kann damit anscheinend nichts anfangen. Denn er sagt nur Fragezeichen. Hm. Na komm, nehmen wir mal jeden Kampf mit. Ich glaube, wir können das machen. Ich glaube, wir können das machen. Easy win! Mann, hier kriegen wir so Zutaten und so. Allein deswegen sollten wir das eigentlich schon machen. Das dauert ja wirklich nicht lange. Why am I glowing? Ich glaube, wir können das machen. Ja! Easy win! Ja, ziemlich einfach. Aber ich habe ja auch die Kämpfer auch einfach gestellt. Ich will ja nicht mich hier frustrieren lassen, sondern Spaß haben während des Spiels. Let's get this over with. That was easy. Hier sind wir hier in der Truhe. Traum des Lebens. Okay. Wenn ich so ein Schwert da nehmen? Ich hoffe, dass sich das Schwert ändert, wenn wir ein neues Schwert benutzen vom Aussehen her beim Kampf. Ein Apfelgummi. Und Speicherpunkt. Hallo! Merkwürdig, dass die Olle nicht mitkämpft. Yeah! I know! Pretty easy, isn't it? Ja, so die Standard einfachsten Gegner überhaupt. Hm, geht's hier weiter? Guess we can do this. That was easy. Und so wie viel sie auf die Karte steht? Das ist die Gäste. Und wem mit der Karte! Damit können wir nichts anfangen. Da brauchen wir wahrscheinlich eine besondere Schlüssel oder so. Das wir dadurch kommen? Den wir natürlich noch nicht besitzen. Wäre jetzt mal meine Vermutung. Hallo! Wir sind den Spawner wie es aussieht. Da habe ich erst in die falsche Taste gedrückt. Ich kann auch gehen. Ja, es war hier. Das ist Flint's Raum. Was passiert, wenn ich nicht da langlaufe? Ich glaube, wir können das machen. Aua. Aua, komm mal. Das war einfach. Ja, okay. Ich habe es geschafft. Er ist wirklich weg. Ist er gar nicht hier? Flint muss sich umgekehrt, um irgendwo herum zu gehen. Dann, das bedeutet, ich bin zu früh. Also, was für eine Wachstumme hast du... Ich? Ich habe nichts falsch gemacht. Und noch ein paar Wachstumme hast du über den Kastel. Um, du siehst? Uri! Woah, was ist es? Ich kann nicht genau sein, aber Flint ist in terrible danger. Ich muss ihn aufhören. Also, gehen wenn du willst. Was ist mit dem? Ich wünsche mir das. Ich habe etwas, was ich zu tun habe, auch. Als es sich um den Boden ruft, muss ich zurückkehren. In diesem Fall, würde ich mich mit dir nehmen, bitte? Außer von Flynn, kein jemanden kann ich aufzunehmen. Würdest du, zumindest, helfen mir aus dem Kastel? Bitte. Ich bitte dich. Okay, ich verstehe, dass du ernst bist, aber... warum sagst du mir dein Name erst? Oh, der ist ja noch mehr Edgelord als wir. Oh ja, definitiv. Habt ihr schon gehört, ihn knacken? Ich bin Zaki, der Mann, der dein Leben endet. Jetzt sterbe, Flynn Schifo! Ich bin nicht Flynn, aber okay. Endgegner. Oh! Du hast den falschen Mann! Die? Du musst wirklich hören ein bisschen mehr. Mein Name ist Saki. Remember das gut, Flynn. Listen, ich bin Flynn. Oh, was ist falsch? Was ist falsch? Was ist falsch mit dir? Ich werde dich töten und dein Name in meine Blut. Ja, das ist ziemlich schrecklich. Oh ja, das wird Spaß! Oh ja. Oh ja! Oh ja, ich fühle mich. Ich fühle mich. Nichts, ich fühle mich nicht all in die Mitte. Ja. Ich bin so glücklich. Hahaha! Das ist alles. Das ist alles. Ich fühle mich wirklich natin. Bei ihm mit ihm. Oh ja, das ist alles. Oh ja, das ist erIR? Ja! Ich weiß, die Arme helfen. Ja. Ich habe dir dabei. Ja. Ja! But bring it the more the merrier the things get out of hand one. I will Don't give up so soon This is fun He's just doing that to mess up our fighting you relax trust me. He's not thinking that hard So that's just who he is the more you talk the faster you die Flynn dammit. I am not Never mind, you're not listening anyway But if it's just a misunderstanding maybe we can talk Your fate was sealed the moment we met Seriously think we can talk to him? Let's take him out already You're strong Oh, that hurts Get up Alright Do I look like Flynn to you? Not in the least I feel power running all through my body And he's on the left You've got the wrong guy. Aren't you supposed to know this stuff? He's not Flynn Details, details. Bring it This guy's nuts. Flynn sure has made some interesting enemies Soggy we're leaving. The knights are on to us How dare you? Haha, mind your own business. I'm just getting to the best part Hurry before the knights get here Or would you rather have your fun and today? We should be getting a move on too We'll just go pay a visit to the goddess and be on our way Yuri Yeah, I know We'll stick together until we're out of the castle Oh, right But I was gonna say My name is Esteliz Also in McGregor name Well then Esteliz Let's get moving Wait, we can't just leave the door like that I really don't think this is the time to worry about something like that But... Alright, alright, just... just give me a minute Esteliz There, good as new Now let's get going Uh, okay But which way? How long? I'll try I wonder if this is because of those guys earlier They better not try to pin this on me too I hope no one was hurt Don't worry about the knights They'll make sure to protect themselves Yes, I guess so You're alone! Where are you hiding? That must be LeBlanc I'd recognize those dulcet tones anywhere Do the two of you know each other? We have a bit of a history Come on, let's hurry We should do something about your clothes You'll stick out like a sore thumb My room is just up ahead I have a change of clothes there Okay, that'll work And that'll be so good So where is the room? I don't know more I don't know more This is my room I'll go get changed Just give me a minute Got it Try to be quick about it Just in case It's not like I was going to peak Flynn did tell me to be careful if I ever met you Thanks Flynn Tja Kein Piken möglich There, all finished What? Do I look strange? It's nothing I just thinking This doesn't suit you either Richtig You need a bit of what's with lesser color What's this? The hand shake It means nice to meet you Alright let's go on ja aber jetzt kämpfen wir anscheinend mit ihr zusammen auch auf der flucht aber wieso wir hauen die doch sowieso alle um es ist verschlossen okay dann Die Sprüche, meine Güte. Ah, du weißt, du siehst. So ist das also. Nichts mit Schlüssel. Muss man einfach von der anderen Seite da ran. Let's work together! Die beste Defense ist eine gute Offense. Oder so... Klappt meistens. Äh, hier lang? Hallo! Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Das war einfach. Ich hab keine Ahnung. Klotz am Bein. Aber warum schießen die Kräuter sie? Lass uns das mitmachen. Ich bin ein, was ich? Du kannst nicht winnen. Du kannst das? Du kannst das? Wie ist das? Wir haben sie mitgebracht. Ich habe sie mitgebracht. Hä? Das muss es sein. Ist es etwas Besonderes an dieser Statue? Es sollte einen Geheimenausgang aus dem Schloss haben. Es sieht nicht aus, dass es etwas Besonderes an diesem Schloss gibt. Vielleicht, wenn wir es verabschieden, wäre es eine geschlossene Passage oder etwas. Du denkst nicht? Wir wissen nicht, wenn wir es versuchen. Es hat wirklich funktioniert. Was haben wir hier? Es sieht aus, wie der alte Mann richtig war. Das ist richtig. Denkst du, dass das außerhalb führen wird? Ich kann es nicht garantieren. Was? Was? Das ist ziemlich brav. Wer war dieser Mann? Es war etwas schade über ihn. Was ist das? Was ist das? Nein, deine Hand. Es ist verabschied. Es ist das wenig, was ich tun kann. Okay, los geht's. Ja, ja, Love Interest und so. Jetzt kann ich wahrscheinlich nicht mehr wieder nach oben. Ja, dammit. Vielleicht kann ich noch mal nach oben. Ähm... Okay. Let's work together. Oh boy. Die aussehen. Warum sehen die so komisch aus? Ich treff den ja kaum. Einfach Spam. Das kennen wir ja. Das wird 100 Jahre, bevor du mich bekommst. Weil du viel länger lebte, richtig? Ich fühle die Kraft, durch meine... Ich fühle die Kraft, durch meine... Dude. Das sollte sich umgehen. Ich wusste nicht, was zu tun, wenn sie alle auf jeden Fall attacken. Du musst generell jeden Monster ein und ein. Aber manchmal kommen sie in Gruppen. Wirklich? Wir sollten uns vorsichtig sein, wenn wir nachher gehen. Du kannst einen Monster ein und ein. Oder sie in eine Gruppe nehmen. Deine Wahl. Juri? Welchen Weg denkst du, wir sollten gehen? Welchen. Lass uns einfach raus. Aber ich will... Die Drohlen... Äh, warte! Warte für mich! Nicht... Ja... Okay. Kann ich nochmal nach oben? Goddammit! Ich hätte die verfickten Statuen. Das triggert mich. War wahrscheinlich nur ein bisschen Geld drin und vielleicht ein Apfelgummi. Trotzdem triggert mich das. Natürlich. Zieht man sofort die Statue weg und äh... Ist ein interessanter virgin. Wer ist das? Inhalt der Du hast gelernt. Ich glaube, wir können das machen. Ich glaube, wir können das machen. Willst du Revenge? Ich meine, selbst die Kanalisation hier sieht fancy aus, also von daher. Hallo. Sorry if I hurt you. Was witzig jetzt, weil wir töten die, wie ich das verstanden habe. We finished them off. Oh, I feel so powerful. Oh. Äh. Äh, ja. Äh, ja. Ähm. Habe nichts. Doch, Lederstiefel habe ich. Äh, die machen mich ein bisschen besser. Sie habe ich nichts, oder? Ne. Fertigkeiten. Äh. Ich dachte, ich habe irgendwas erlernt. Äh. Okay. Titel Gossen, Junge. Nein, wir sind ein Schwertkämpfer. Da steht doch irgendwas mit dem... Ich dachte, ich habe Fertigkeiten erlernt, aber... Vielleicht habe ich mich, äh, vertan. Es sei denn, hier gibt es noch mehr. Nein. That's weird. Merkwürdig. Vielleicht weiß ich einfach nicht, wie es funktioniert. Noch nicht. Es hat nichts hier mit der Ausrüstung zu tun. Nee. Salbei. Salbei. Ja. Nicht zum Trinken geeignet. Äh. Ähm. Nehmungspulver. Eisenspitze. Ähm. Gewürfen schräg dich. Wahrscheinlich hat der Gerber ein Schwerts. Kann er im jetzigen Zustand nicht als Waffe sein werden. Ah, kann man sogar Waffen craften vielleicht. Ja, ich weiß, wie gesagt, nicht. Aber... Heiliger Trank. Eine mit Licht versiegelte Ampulle. Hält Gegner für eine bestimmte Zeit fern. Das wollen wir ja gar nicht unbedingt. Wir wollen auch die Erfahrung kriegen. Länger verfolgen die einen eigentlich. So lange. Okay. Ich hab wohl keine Wahl. Ah. Das hab ich auch automatisch, äh, gestellt. Hm. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Wunderbar. Wunderbar. Er wartet vor zu lange. Ich hab ihn. Ja. Ha. Wir können nicht verlieren. Hm. Na, vielleicht wenn ich faul bin. Mach ich das mal. Was gibt's hier unten? Ja. Okay. Weil klar, sowas würde hier im Kerker so sein, ne? Ständig irgendwelche Truhen und so. Und... Ja, klar. Ja. Ja. Jetzt steu ich wieder selber. Ja. 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 Hab ich das Gefühl, dass diese Cutscenes sehr viel lauter sind als der Rest des Spiel. Hm? Ja. 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 Ich weiss, dass diese Cutscenen sehr viel lauter sind als der Rest des Spiel. Als der Rest des Spiels, soll ich sagen. Meine Güte. Aber es ist ok. Wir sind aber nur Gegner, okay. Ah, da ist der Ausgang. Da ist bestimmt noch eine Truhe. Ah, komm, wir nehmen jeden Erfahrungsmord mit. Muss ich nicht so viel grinden. Das mit dem... Also, so wechselt man. Ah, ja. Dreh dich um. Gott, dass die auch immer denselben Spruch sagen, Alter. Naja. Das sind halt Tate-Spiele. Nun kommt's auch noch her. Ich glaube, wir können das machen. Neben mir ist einer so die verschiedenen groß. Oder liegt das nur in der Kameraperspektive? Azhar! Wie ist das? Schau das! Azhar! Azhar! Ich habe jetzt einen Buff gelernt, ja. Die ist so heilig, wenn ich nicht nur der Schütze. Ach, ich guck mal. Azhar! Meine Güte gibt es hier von den Katzins. Klau da rein. Warum musst du dich dankbar sein, für etwas wie das? Ich versuche, aus dem Kastel zu kommen, wie du. Das ist alles gut und gut. Aber es gibt keine Chance, dass sich alle dankbar sein, wegen dieser. Oh nein. Wir müssen uns die Gürtigkeit zeigen, die uns die Gürtigkeit zeigen. Es ist ein bisschen weirkt, dass jemanden nicht kennengelernt ist, nicht wahr? Manöse sind immer so wichtig, als wenn wir mit denen, mit denen wir noch verabschieden haben. Du denkst wirklich so, oder? Ich weiß es. Ich weiß es. Okay, dann. Noth. Man, es ist so schön. Ja, ich bin schon früh. Ich habe eine ganze Nacht verletzt. Es sieht aus, wie es zu der Royal Quarter führt. Alles sieht so anders aus den Kasteln. Oh, komm! Du bist so, wie es dein erstes Mal aus der Kasteln ist. Uh, also... Ich glaube, eine Frau, in der Kasteln kann nur eine Glocke weg. Ja, du bist so. Ja, du bist so. Na ja, zumindest haben wir es aus dem Kasteln. Hahaha. Um, war das nicht richtig? Nein, es ist gut. Also, Estelis, was sollst du jetzt, wenn du hier bist? Ich werde den Flynn finden. Kennst du, wo er ging? Am anderen Tag sagte er, dass er auf eine Nights-Pilgrimage geht. Oh, das Ding. Gehen um die Städte des Empires, mit guten Städten? Ja, deswegen gehe ich in die Stadt Blossom. Halor. Halor ist der erste Ort, wo die Nights auf eine Pilgrimage besitzen. Also, du musst außerhalb der Barrier gehen. Habt ihr schon außerhalb der Barrier? Die Barrier ruckelt so ein bisschen da oben. Ich kann die Zahl leider nicht erkennen. Weiß mal. Ich glaube, da steht 60 Frames. Ich bin mir wohl nicht sicher. Ja, genau. Wisst ihr, worum man es sieht? Das große Ding ruckelt sich da so hin und her, und dann hinten ist da so ein kleines Ding, und das läuft flüssig. Komm schon. Ich zeige dir die Weg aus der Stadt. Es ist auf der Weg zur Höhe. Es ist schon ein bisschen merkwürdig, ne? Wie haben sie denn die Statue von unten verschoben gekriegt, wenn es bei den anderen Statuen nicht ging? Danke. Oh well. Was passiert, wenn ich in die andere Richtung laufe? Heißt das dann, oh, ich muss in die Unterstadt? Ja. Da ist einfach eine unsichtbare Wand, natürlich. Die Wache so. Not so special is at all. Und Speicherpunkt. Weiß gar nicht. Halt der einen auch? Ne, tut er nicht. Ja, ich tippe mal, ich muss ja in die Unterstadt gehen. Das ist nicht sehr nett. Kann ich da nicht lang? Hä? Wo muss ich nochmal hin? Das ist weird. Ich dachte, ich muss da runter. Springen kann man nicht oder so. Sehr komisch. Vielleicht muss ich wieder ins Schloss rein. Hallo. Ich stelle mich freiwillig. Wie kam ich hier nochmal hin? Bin ich nicht einfach nur eine Treppe hochgekommen? Das, äh, confuses mich a little bit. Kann man da nicht runter. Unsichtbare Wand. Und da hinten war auch eine Wand. Hä? Was will das Spiel denn von mir, wo ich jetzt hin soll, hä? I don't get it. Ja, ja, es gibt noch was, um was ich mich kümmern muss. Ich weiß. Wird wohl nicht wieder da runter müssen. Kann ich auch gar nicht. Okay, das ist etwas merkwürdig. Muss ich mit jedem hier einfach sprechen? Die sagen doch eh nichts Interessantes. Vor allem, da hinten geht es ja auch nicht weiter. Naja, ich darf hier nicht durch. Ich bin Gesindel. Das Problem ist, äh, ich weiß jetzt nicht, wo ich überhaupt lang muss. Weil es gibt keinen offensichtlichen Weg mehr. Oder muss ich durch... Muss ich... Äh, Schwachsinn. Ja. Boah, ist mir warm, ey. In meinem Zimmer sind es aktuell zwar nur 28 Grad, aber holy shit. Dabei habe ich die Fenster schon Speer angeweilt. Wieso kann ich da nicht durch? I don't understand. What do you want me to do game? Übersehe ich vielleicht noch einen Ausgang irgendwo? Hier ist eine Treppe. Oh, ich bin so ein Vollidiot. Oh boy. Oh boy. Das war sogar auch dieselbe Treppe wahrscheinlich, wo ich am Anfang... Oh boy. Ich weiß auch gar nicht, was ich machen muss. Die sagen auch immer dasselbe, ne? Kann ich einfach nach draußen? Ne. Kann ich nicht. Vielleicht muss ich wieder zurück in mein Bettchen da. Gehört das hier nicht sogar auch noch zur Oberstadt? Schon wieder wiu 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 bei mir draußen. Immer wiu wiu wiu. Schnell flüchten. Schnell flüchten. Ich habe mir jetzt eine ganz ernst gemeinte Frage. Wie hängt man denn so ein Dummuster auf? Und wie soll man denn wieder rankommen, wenn man es... Man kann das wahrscheinlich am Saal reinziehen oder so. Oh, ich zeige, ich zeige, ich zeige. Ja, aber der Rat hat die Stadt verlassen. Der Rat hat die Stadt verlassen. Er hat die Stadt verlassen. Das bedeutet, dass wir uns hübschen haben. Ich glaube so. Sein Haus war leer, und ich glaube, er ist sogar ein wirklicher Knobel. Ich sehe. Es sieht aus, dass die Aquablastia endlich zu verletzen hat. Nun, ohne einen Korps, es wird nicht blühen. Es ist genug Wasser für den Zeitpunkt? Ja, aber es wird nicht lange dauern. Nachdem, nachdem wir es aus dem Berg bekommen haben. Wir haben den Ranzo. Und die Nachts nicht helfen. Ich glaube, ich werde es von dem Thief selbst bekommen. Was? Du glaubst nicht, dass du Mordi folgst über die Barriere gehst, oder? Natürlich. Ich glaube, dass ich das mache. Keine Angst. Ich werde zurück, bevor du es wissen kannst. Hm. Wer hat Angst? Das ist eine gute Möglichkeit für dich. Keine Angst, dass du hier zurückkommen hast. Huh? Und was bedeutet das? Was ich meine? Ich meine ist, wir können einfach gut gehen ohne dich. Auch Flynn hat gesagt, ich wundere, wie lange Yurie planen und leben das Leben. Flynn braucht mein eigenes Geschäft zu lernen. Tja, sie haben den Brunnen also gestopft gekriegt. Wunderbar. Also ich muss jetzt wahrscheinlich wieder nach Hause. Du Hüsche. Es sind so ganz viele Türen, aber ich glaube, ich kann in kaum welche rein. Ich dachte, mein Ding sind es hier. Die Tasche. Nein, die wollte ich nicht draußen. Oder ist das vielleicht doch das andere Zimmer? Das hier. Nee. Aber ich kann mich ja mal ausruhen, dann werden meine HP-Bestunde regeneriert. Ja. Aber die Tasche ist trotzdem nicht hier. Oder war das hier die Tasche? Vielleicht habe ich den auch missverstanden. Vielleicht meinte der nicht mein Zimmer, sondern sein Zimmer. Was die Frage auch wirft, wo wir jetzt hin müssen. Ich dritt meine Tanke an, wo ich hier nicht raus. Ich bin dran. Guck mal rein! Wir gehen an. Ach,�, ich diesen Bleibe. Alles 분remo, als jemand so großartig geht. Ich habe spoonsmit Ihnen so viel Arsch. Genau. Bob Engel ist so weit. Mach, hab défuz. Manlibe. Abschel acne Tesf. Ich vermُ��e using meinem thrive enca specification. Okay, äh Und schon wieder weiß ich nicht, wo ich hin muss Ah, hier geht's noch lang Nein, warum muss man auch Rassen in einem Gasthaus und so weiter Ja, okay I get it Alter, der nächste Morgen und so That kid is fucking creepy And just make sure you don't kick the bucket blowing it all on some crazy party Ha, same to you See that you don't go dying in any ditches Wait for me It was nice to meet you, sir Eh, you'll probably be quite a pain in the neck You make sure to take care of yourself now I will Thank you When are you going to fix the fountain, sir, Knight? Hey, cool, Knight Hooray, hooray Won't you help this old man find his dentures? Fools You're in my way Do not interfere in the affairs of the Empire Don't you make her cry What are you talking about? Hey, 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 quit pushing Hey, who just hit me? I'm gonna remember that This might come in handy if you're going to Harur Livekarte Mischgummi Okay I get a lot at the time Holy shit Kleb-Mehl Wer kennt's nicht? Der Typ in the middle Wow, Yuri They're all gonna miss you so much Honestly They're probably thrilled to finally get rid of me Hey, hold it Who put money in here? I can't take this Halt! Get out of my way Ah, Estelle? Estelle? Ah, that's is schon besser Estelle! To the road ahead, Yuri Well, so long for now We hope to be back soon And now we are on the world map, I guess Seems that way Welcome to the world map The map, but, uh, they come naturally auch Gegner A map, equipment and even money Your friends are so generous, Yuri They can't afford this They can barely get by as it is Well, I'm sure they're worried about you And want you to have a safe journey It's more likely they're just glad to be rid of a trouble making kid That's not true Guess I can't come back empty handed Now that they've given us all this stuff Now I gotta bring back the Aquablast here No matter what Ja, oh, da spawn schon die Monster And you can find things, I guess Wie ein Baumstumpf Objekte können an zahlreichen in der Welt verstreuten Suchpunkten gefunden werden Nach einiger Zeit werden die Suchpunkte wiederhergestellt Ein neuer Besuch zahlt sich also aus Manche Suchpunkte erscheinen nur unter bestimmten Umständen An einem Suchpunkt können verschiedene Objekte gefunden werden Suche sie an unterschiedlichen Orten No Well, all right then Estelle Estelle She's been mumbling to herself for a while now Hey, you coming? We don't have all day here Estelle Estelle Looks like she's in her own little world Hey, Estelle Oh, right, sorry, I'm coming Did they not have nicknames where she's from? Sehr merkwürdig auf jeden Fall, ja Was gibt's in den Ecken zu finden? Nichts, nichts Jetzt wahrscheinlich so ein kleines Oh, jetzt kann ich Auch das hier machen Mini-Camp What's here? That weird horse again Karen Karen Jetzt erst gesehen Eine Gaststätte auf Riedern Verheiratet, genau Endgut Ich muss nicht mal was dafür bezahlen Ich muss doch in diese Richtung rausgehen Ja, ich kann auf jeden Fall wieder hingehen, wenn ich will Sonst noch mal gegen irgendwas kämpfen Ich glaube, wir können das tun Es gibt auch nicht mehr Ich bin nicht mehr Ich bin nicht mehr Ich bin nicht mehr Okay, wer ist dann? Das ist doch nicht mehr Ich bin nicht mehr Dann fangen wir Dann fangen wir Und das ist Ich bin not Ich bin not Du verstehst, was Rapide sagte? Nein. Ja, ich glaube, das war eine dumme Frage. Oh, das ist so schwierig. Ich weiß nicht warum, aber das... jede Menge Kram. Das Bellen von ihm erinnert mich irgendwie immer an das... An das Bellen von Brian aus Family Guy. Ich weiß nicht. Klingt so ähnlich. Finde ich. Pilz! Oh, ich kann springen. Ja, wir brauchen Zutaten, wir brauchen Level. Wir müssen kämpfen. Ganz häufig. Hat geblockt. Ich hab's immer noch nicht verstanden, wie man die Ziele genauso wechselt. Tulpa. Es wird ein Jahr, bevor du mich würdest. Weil du lange langer lebst, richtig? Nicht genau. Oh, ich fühle mich so powerfull! Sie leveliert wirklich schnell. Wir alle machen eigentlich. Gott, jedes Mal kommt er zu einem Ding. Alles gut, aber nicht überraschend. Wir müssen finden Flynn, nicht wahr? Ich bin aufgeregt und aufgeregt, alle gleichzeitig. Okay. Don't get sloppy! Wunderbar! All right, who's next? All right, who's next? Azure Wrench! We're done. Ja, kriegen wir ganz schön viele Zutaten, wenn man diese Pflanzen virkelt. Und wenn wir irgendwann ganz toll kochen wollen, dann müssen wir halt ein bisschen grinden ab und zu. Aber ich hör jetzt nicht auf, also... Weil ich... Samm auf dem Mittel. Außen habe ich nichts mehr zu spüren. Wobei, das ist nicht ganz richtig. Ich könnte noch Apfelschorle stehen. Aber ich möchte eine gekühlte Spezi haben. Und das ist besser. Deswegen geh ich jetzt noch mal zu dieser Raststätte da. Und einmal ausruhen. Vielleicht müssen wir jetzt auch was bezahlen. Das erste Mal war vielleicht kostenlos. Mal schauen. Ja. Okay, 50 galt. Aber ich meine, wir haben 4200. Das ist schon okay. Okay. Dui, 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 duiii. Okay. Dann gehen wir jetzt nach draußen. dann drücke ich einmal auf Pause und dann sehen wir uns in zwei Minütchen oder so wieder. Gleich. Untertitelung. BR 2018 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 Gott, die können hier ständig diese Plaudereien. Ich habe gehört, Storien über Monster leben außerhalb der Barriere, aber es ist wirklich wahr. Ja. Jetzt verstehe ich, warum jeder sagt, die Welt außerhalb der Barriere ist so gefährlich. Es ist ziemlich leicht, die Monster sind sogar hier draußen, wenn man auf der anderen Seite lebt. Wir müssen nicht unsere Hände herunterlassen. Right. Oh! Oh! Ich könnte da oben auch noch hin, bevor ich da hinten hingehe. Da kann ich bestimmt Sachen finden. Ob es auch was in Wäldern gibt? In Wäldern kommen bestimmt einfach Zufahrtskämpfe. Das wird auch nicht. Vielleicht kann man auch Sachen finden in Wäldern, die versteckt sind. Ich spam mal A. Der Vorschlüge, Wildkarte. Auch wenn ich hier wahrscheinlich noch gar nicht lang soll. Oh, hier kann ich was betreten. Aber muss ich nicht in diese Festung da? Es sind schon viele Gegner hier überall. Hier oben wollte ich noch gucken. Da ist nix. Hier ist auch nichts. Also Wald oder da in diese Festung rein. Das wird immer die falsche Tasche machen. Das wird 100 Jahre sein, bevor du da bist. Sie hat keine Magie benutzt, oder? Es ist nicht, dass ich nicht. Ich kann das nicht. Das ist ein Talent, das ich nicht habe. Aber irgendjemand mit Blastia sollte man die Magie benutzen, wenn sie die Theorie lernen, oder? Ich sagte dir, ich habe es nicht, dass die Magie die Theorie lernen. Also, du bist schlecht bei Studien. Das ist eine Art, um es zu sagen. Gute ist, dass die Gegner das selbstständig machen. Ich höre immer nur Sie sehen, dass Brian in Schwarzen Anbeld ist. Oh, Gott, ich bin sorry, ich bin sorry. Guess we can do this. Das war easy. Die Welt ist so groß. Was macht dich das all of a sudden? Ich dachte, das Kapital war groß, aber die Welt außerhalb ist so viel größer. Wie viel weiter über den Horizont wird dieser klare Skye strecken? Ich weiß, als ob die unteren Körner ist, ist es groß. Du bist so großartig. Schön, dass ich zahle. Das war einfach. Das ist gut. Ich denke. Stress. War da noch was? Ne, da war einfach nur nichts. Was passiert, wenn ich versuche, hier lang zu gehen? Kann ich das dann? Anscheinend ja. Was für ein Ort, um sich zu verirren. Hm. Was den Weg durch die Festung Daedon angeht. Ist das richtig? Wollen wir hier nicht schon mal? Oh, war's das? Dieser Wald. Ah, schon gut. Lass uns umkehren. Ja. So, ich darf also nicht hier lang. Ist, äh, storytechnisch noch nicht gut. Oh, what's this? Let's fight this. Ich hätte immer, dass die Monster auch anders sind. Je nachdem, wie man vom Level her ist. Zahnschlag, ey. Ich hab immer noch keine Ahnung, wie man die Attacken, äh. Aber ja, du Scheißviech. So, hier war's Zauber. Ah, sie wollte mich buffen. Ich habe eben gesehen. Insektenflügel. Tannenzapfen. Ähm. Let's see, äh, hier. Ne, ich kann immer noch keine. I don't understand. Müssten hier nicht welche drin sein? Äh. Hab ich jetzt gemacht? Was? Was? I don't understand how this works. So, ich hab, ich hab das Gefühl, die Fähigkeiten, die hier lernen, müssten eigentlich hier drin sein. Aber. Ich. Ich. Ich drück 20.000 an, sonst passiert einfach nix. Was? Äh. I don't understand. Ich hab doch Sachen erlernt, oder nicht? Hat der Hund auch nen Titel? Warte mal. Bester Freund des Menschen. Ähm. Ne, lieber Hundekrieger. More badass. Wiiiiiii. Okay. I don't get it. Müsste ich nicht Fertigkeiten zuweisen können? I don't understand. Ich bin hier unter alle. Hier müssten noch welche stehen. Die, die ich lerne. I have no idea. Hm. Drachenwettreiten? The fuck? Was ist das? Snowballing-Kurs? What? Snowballing-Kurs? What? Ah. Ich kann auch einfach so speichern. Na gut, auf ner Weltkarte muss man eigentlich auch so speichern können. Ah, hier haben wir die Scheiße. Fertigkeiten hab ich halt noch keine erlernt. Das sind Artists. Das ist was anderes. Modus manuell. Ja. Und das steht auch, wie man die Sachen macht. Äh. Kling ihm nach unten und zum Abschluss einen Aufwärtshaken. Nutzung, 95. Leveln die auch auf oder so? Und da sind so Zeichen neben. Linker Stick nach oben. Schnelltaste. Okay. Und, heh. Da muss ich mich noch irgendwie ein bisschen mit, äh, auseinandersetzen. Eigentlich mach den doch, indem ich die eine Tasse da drücke und nicht diese hier. Okay. Ja, die müssen auch leveln. Desto mehr du die benutzt, desto stärker das jeweilige Art. Okay. Da hat zum Beispiel den Zahnschlag drin. Ist der jetzt automatisch auch auf der Taste? Mal gucken. Ja. Ist aber gut, dass ich nach unten haue, weil die Gegend nimmt häufig ziemlich... Ich weiß nicht, ob mir der sogar vielleicht besser gefällt. Ich meine, der andere, der, der hat halt mehr Reichweite, aber der hier ist auch nicht schlecht. Ich, ich verstehe halt nicht, dass... Äh. Monsters sind leichter, als ich dachte. Ist das besser, als zu schwerer sein, als du dachtest? Aber ich fühle mich für sie nicht. Du bist viel zu nett. Ich würde mich besonders interessieren, als jemand anderes Essen zu sein. Du bist richtig. Das ist anders aus dem Kastel. Die starken, die schwachen. Wir werden keine von diesen Monsters essen. Warum nicht? Ich... Ich... Ich werde nicht behaupten, um die Monsters zu verletzen. Aber ich werde niemals vergessen, was ich oder wo ich sie verletze. Hm? Ich glaube, du siehst. Dann, wenn ich zurück in der Kapitel habe, werde ich schlafen, in memory von all die Monsters, die ich verletzt habe. Ich... Ich glaube, du kannst das machen. Ich verstehe diese Frau überhaupt nicht. Äh. Let's try that again. Oh Mann! Alright, alright! Oh Mann! Yeah! Ich habe dich in der nächsten Woche. Die nächsten Woche? Aber kannst du wirklich? Never mind. Ja. Oh Mann! Ich werde jetzt nochmal eben den Autokampf ausprobieren. Ob der dann auch die neuen Fähigkeiten benutzt? Wahrscheinlich. Gutst du überhaupt noch spielen? So, ich glaube, wir machen uns jetzt mal auf den Weg. Zu dieser Festung. So langsam. Gelbasis. Kann man irgendwann Gele auch kochen? Oder herstellen? Scheint fast so. Ich sollte gleich nochmal rasten, bevor ich dahin gehe. Genau. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Kann es sein, dass meine Freundschafts-NPCs die ganze Zeit die Gummis verschwinden? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Apfelgeschmack hat nichts mit der Wirkung zu tun. Und das stellt beides her. Was natürlich dann extrem wertvoll ist. Ja, gut. Na komm, hier der eine noch. Schön reingerannt. Die wollen doch schon schaden, die Dinger, die um die Nebel da. Aber die oder halt auch. So was nutzt die auch gar nicht ihre Dinos. Quietschhammer? Deswegen ist Kämpfen auch sehr wichtig, warum man eben dadurch tatsächlich neue Fertigkeiten auch kriegt. Logischerweise. Ich frage mich, ob ich das irgendwie anders noch genau... Spieler... Äh... Spielerbefehl? Da kann ich zum Beispiel... Ah, okay. Äh... Können die auch im Hintergrund chillen, theoretisch? Ja, ne? Okay. Oh man, das ist mir schon viel zu kompliziert. Ich seh auch gar nicht, ob sich irgendwas ändert, wenn ich, äh, weißt du, da drücken. Ich schätze, das ändert sich einfach automatisch. Kann ich auch mal alles auf volle Attacke machen, dann machen sie immer volle Attacke. Außer das hier, das kann ich nicht ändern. I think. Und die so, hallo, jetzt bekommen wir tausend kalt. Und ich so, the fuck. Nein. Das wär ja voll... Oh, draußen weht kein Lüftchen, es wird hier auch immer wärmer drin. Ich weiß nicht, wie lange ich noch spielen kann, bevor ich hier voll zu sterbe. Der Rechner produziert halt auch seine... Wärme, ne? Wir haben hier in Osnabrück heute mal wieder einen sehr warmen Tag. An die 30 Grad hatten wir zu Spitzenzeiten. Das ist natürlich jetzt schon weniger geworden, aber... Problem ist, äh, dass die kühle Luft hier nicht wirklich rein will. So, das wird wohl die Festung sein, tipp ich mal. Ich weiß übrigens noch nicht, ob ich dieses Spiel für euch im Stream fertig spielen werde, weil das wird ein sehr langes Spiel sein. Ah ja, ich muss ja drücken. Ich wundere. Well, wir machen unser Bestes, nicht zu stehen. Okay, und ich will mit Flynn so schnell wie ich kann. Okay, lasst mich raten, keiner der Charaktere wird jemals irgendwie das ansprechen, warum der Hund eine Pfeife im Modell. Oh, das ist schön. Könnte ich brauchen. Das Bladet wurde fürchtet von niemandem als Assam, der Blademaster. Sie kommt sogar mit Weapons-Skillingen. Keine Rehörer sollte ohne sie sein. Schau dir, dass es einen Versuch hat. Huh? Was meinst du? Die speziellen Techniken, die in Weapons enthalten wurden. Diese Techniken wurden eigentlich von Master zu Pupil veröffentlicht. Aber Blademaster Assam benutzt ein spezielles Prozess um sie in den Weapons selbst zu verabschieden. Bodhi Blastia kann die Techniken von Weapons imbüht mit dieser Macht. Mit der Verwendung, Weapon-Arts kann dann endlich lernen, von der Person mit den Weaponen. Aha! My, diese junge Frau kennt ihre Sachen. Das ist das genau so. Ich habe in einem Buch, dass die Krittia das Gehörer hat, die Menschen schon lange zu verabschieden. Huh, I thought Bodhi Blastia only let you use Strike and Magic Arts. In order to find the fighting style that meets your needs, it's best to think carefully about weapon skills when choosing your weapon. There are even weapons without weapon skills that focus instead on raw attack power. It all depends on your preference. If weapons you equip have weapon skills sealed inside them, Yeah. Those weapons skills will be stored inside your Bodhi Blastia when you equip the weapons. If you have a weapon equipped, you can use the weapons skills sealed inside whenever you want. However, if you unequipped that weapon, you'll have to set the weapons skills to be able to use them. Each weapon skill belongs to one of four different categories. Hmm, da ist das also da. When you set a few different skills in a weapon, depending on what category they are, A particular glyph will appear on the core of your Bodhi Blastia. So, if you had a bunch of weapon skills for attacking, you'd see a glyph called Fleck. That glyph lets you know, the strength of your physical attacks has gone up. Try all of the combinations you can think of, to see what they do. I'm afraid the sun would set long before I could explain them all to you. Did you get all that? Hmm, not really. But we'll probably come up with that. You learn fast. You should be able to read all about it in that young ladies book. I can imagine business is all that great in a place like this. Don't get me wrong. I'm not here because I want to be. There are monsters on the far side of the hold. So I'm stuck. Monsters, huh? Did you hear that? Hmm. And she's not listening. Huh? Did you say something? I said I'm going to go get some information, so you wait right there. Oh, I'll come too. That's alright. Go ahead and take it. It's pretty old and it has some pages missing. But it's yours if you like. Thank you very much. Is that book any good? It's fascinating. You can read it as soon as I finish. Kampfbuch. Nah, ich verstehe das noch nicht so ganz mit den ganzen Fertigkeiten und so. Ja. Okay, äh, du sagst doch, du hast Schwerte. Was hast du denn? Du hast, du hast gar keine Waffen. Ich dachte, du hast Waffen. Ich arbeite mich jetzt voll hier. Ich hab das geilste ever. Wo steht denn, wie viele ich davon habe? Äh, ah, so macht man das. Wieso kann ich nur drei kaufen? Okay. Vielleicht hat er ja nur drei. Äh, äh, ich bin mir nicht ganz sicher, wie das funktioniert. So, gar nicht sicher. Was ist ein magisches Auge nochmal? Ach ja, genau. Verkaufen. Was können wir denn verkaufen? Ich meine, ich könnte was verkaufen, aber macht natürlich nicht viel Sinn. Aber ich dachte, du hast Waffen. Da sind doch Schwerter in deinem Krug. Gib mir Waffen. I need weapons. Hallore. Oh, ich will reingehen. Lass mich rein da. Was ist das? Ich hab nicht gelesen, was da stand. Äh. Oh. Kann man nicht irgendwo was finden in Klammern? Wieso, hier ist der Zutritt verboten und ich geh trotzdem wo rein. Siehste. Du könnt auch was finden. Okay, also ich hab die maximale Anzahl von Apfelgummis. Wir können maximal 15 haben. I don't... Why? Muss man das verstehen? Ähm, ähm, ähm. Laufen wir erstmal oben auf der Festung rum. Gott, wie mich das triggert, dass er sein Schwert die ganze Zeit nur so in der Hand... Ach, das ist doch... Warum? Ich kann den wahrscheinlich nicht durch. Aber da war ja noch eine andere Seite. Oh. Ist das das? Hey, hold on. Hallo? Ähm, ich begle, deine Begrüße, aber... Was are you looking at? Humanität at work. The tenacious attachment to this life. Huh? Why? Why must you say immer für die Welt? They fight for a share of Monoplaize technology, and hurt even those closest to them. Hm? Are you talking about Blasia? Hm. I can't speak for anyone else, but... it doesn't seem to me like there is any reason why we get dumped into the world. Once you're here, you just do what you can to give this life, everything you've got. Perhaps there is truth in what you say. Hey! Mysterious Charakter. Er ist weg. Was war das alles? Gott, ich. Sie sagen, die Wärme kann Menschen etwas verrückt werden. Ist es heiß? Oh, ruckel, ruckel. Fuck, meine Frames zeigen immer noch 60 an. Wie bin ich hier hochgekommen? Wie lange? Ist auch ein bisschen merkwürdig. War also anscheinend nicht der Typ, den wir finden mussten. Komische Wagen, wenn ich mal sagen darf. Mh, nein. Ist mir zu teuer. Aber ich will mich umgucken. Du siehst geil. Könnte ich hier nicht gerade was machen? Wie ist der? Ich schätze, das war's. Mehr gibt's nicht. Alarm. Wie wäre denn angegriffen? Von einer Horde Monstern. Wahrscheinlich. Oder Sandsturm. Wie? Wieso habe ich jetzt das Bild im Kopf von dem Typen, der mit diesem... ...Hall, der an seinem, naja... ...Schritt befestigt ist, gegen diese andere Stange so gegenhaut. Ihr wisst, was ich nicht meine. Was the fuck are those, Picks? Oh, there comes a big moment. Cut it out! Estelle, you wait over... Help the girl! Nope! Whatever you say! What a girl! Is that not the one? I can't get out! Ow! The monsters! The monsters! Everything's gonna be okay. Or this. No, not the weird creepy pup. Hey, I can... I can stand! Go in the hole! Hurry! Run, bitch, run! Ha! Stepp die einfach mit! Oh, no! Hey, let go of me! You wait here! Und sie geht alleine gegen den Schweinsbrust kämpfen. Not so much for keeping a low profile. Yuri! Und das war... Ja, es knapp. How can I ever thank you? Oh, it's nothing, really. I'm not sure what I would have done if you hadn't cured me. Sif. Yep. Mini Sif. I'm just thankful that everyone's safe. Thank goodness. Wow. All worn out, huh? It really is dangerous beyond the barriers with so many ferocious monsters around. This place could definitely use a barrier against a pack that big. Couldn't they install a barrier blast here here? Ah. Spezi. No. Barriers are a precious resource. You're right. And with the current technology we can't make anymore. If only we could recover the secrets of the ancient Goraeus civilization. They created the Blastia. Even if that were to happen, I can't see the Empire using the knowledge for the common good. You two there. I'd like to have a word with you. So why don't you let us through? I'll beat those monsters to a pulp with these fists of mine. How many times do I have to say it? These monsters are tougher than you think. Oh, 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 oh. You dare to doubt the power of the monster hunters? That's my sword. Holy shit. That's like 500 kg. Stop. Stay out of this. You knights cheated us out of a job back there. And now we're gonna work off some steam. Hey, hold it. It's always the same with these guild idiots. Great. We'll never get through as long as this keeps up. But Flynn is headed to Halur and we're so close. Well, getting caught by the knights wouldn't be too fun. Let's find another way through. We made quite a scene, didn't we? I was so worried once those knights noticed us. I told you we couldn't stand out. You were the one who just jumped. I can't just look away when monsters are attacking someone right in front of me, right? What's so funny? I'm sorry. That sounded just like the way Flynn described you, that's all. He often said that you could never turn a blind eye when someone near you was suffering. Well, next time you see him, you tell him that I said he's the same way. I'll do that. 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 We're going to die ganzen Monsters overrennen das so tot. Alle. So ein Save wär mal gut. So, das war dieses Gebäude. Der Elmo ist leider nicht im Gebäude. Da darf ich nicht rein, ne? Wo muss ich denn dann hin? Was ist das? Das ist immer noch keine Waffen. Ja, ist ein Safe. Ja, ja, ich tippe mit, dass wir durch den Wald dahin müssen dann. Let's see. Vielleicht hab ich ja recht. Aber mit welchen Leuten denn, Mann? Ja, auch mal hier. Bauerau. Kein Weg führt dahin. Gar keiner. Ah, hier müssen wir wählen. Okay. Und ich denke mir nur, Tim. Hm, wir haben eigentlich was vor. Oh, wir müssen da nicht vorhin. Was sind die Manners in der Präsidenten? Was sagen? Präzident. Also, es sind keine Manners, zu versuchen, zu kaufen jemanden, ohne sich selbst zu erinnern? Was ist die Mache? Du bist nur so charmant, wie ich erwähnt habe. Ich bin Kaufmann, von der Merchants Guilden Fortunes Market. Kaufmann. Wir handeln alles, von trade zu distribution. Guilden, oder? Oh, Mann. Da ist kommt das große Viech. Macht jetzt das Tor kaputt. Dann müssen wir dagegen kämpfen. Vielleicht. Ich bin in einem ziemlich tiefen Platz. Und es ist alles Dank an diesen Tremmern. Ich würde lieber nicht wissen, aber war das das Werk eines Monster? Ja. Der Lord des Plains. Der Lord des Plains? Er ist der Liedler dieses Paket von Monster. Der Liedler? Man, da sind einige fantastische Dinge. Er ist der Liedler. Er ist der Liedler. Er ist der Liedler. Er ist der Liedler. dass der Lord des Plains zu warten. Ich glaube, ich glaube, es ist kein Problem, in der Liedler. Aber ich kann nicht einfach zu sitzen und warten. Ich werde eine zweite Idee. Und wieder fragt keiner, warum der eine fucking... Aber ich kann dich nicht auswählen. Ich könnte dich und einfach durch die Liedler mit dem Liedler überwählen, aber... Sie sind nicht interessiert. Wenn es die Körpers du willst, warum nicht die Knights? Sie vergessen, dass wir Guilden haben unsere unsere Werte als Imperialer . Ich kann nicht mit Ihren Prinzipien sein. Without that level of determination, one could never hope to run a guild. Well, maybe you could use your determination to do something about that Lord of the Plains. Go to the Koi woods that lie to the west of here. If you pass through the forest, you'll come out on the far side of the plains. But the fact that you guys aren't going that way must mean we have some surprise to look forward to. I like a boy with quick wits, but I like one that doesn't waste a potential investment even better. Thanks. I owe you one. Maybe I'll talk to you about that job, if we meet again. Estelle. Seine Pfeife fällt nicht mal aus dem Mund, wenn er gehnt. Okay, that's impressive. Plot twist. Es ist Teil seines Körpers. Gilden. That woman who gave us directions. She said she was in a guild, right? That was Miss Kaufman, of Fortune's Market. Man, giving up their rights as Imperial citizens and just living free. Yuri, are you interested in the guilds? Interested? Nah, I've just never had much contact with them. Back in the capital, there weren't any gritty guild types who'd refuse the Knights' protection. We may meet lots of people in guilds before we're done with our trip. I hope they're a little less aggressive than that woman was. Da kündigst du dann an. Da steht dann drin, wann? Vielleicht nachmittags. Dass ich den Abend so ein bisschen mich habe. Ich weiß gar nicht mehr, muss ich da hochgehen, um da hinzukommen? Oder muss ich hier dran vorbeigehen? Ich glaube, ich muss hier dran vorbeigehen. Nee, muss da hochgehen. Ja. Ich bin mal gespannt, wann wir die erste Waffe kriegen, wo eine Fähigkeit drin ist. Und wie das dann funktioniert. Let's fight a little. Oh Mann. Alright, alright. Ach ja, ich habe auch automatisch noch stehen. We finish them off. I finish them off. Ich habe so das Gefühl, dass die andere Attacke stärker ist. Weil sie wahrscheinlich auch höher gelevelt ist schon. Die Azur-Schneide. Ja. Ja. Ich frage mich, ob diese extra Schadenszahl, die da drunter ist unter der großen, ob die erscheint und sich verändert durch die Stärke der Art, wie weit das gelevelt ist. Das würde es erklären. Welter von Kui? Oder so ähnlich. Ich frage mich in einem Ort, wie das hier in einem Ort, kann nur die Kui-Kui-Woods sein. Bingo. Du bist nur voll von Informationen, nicht wahr? Ich habe in einem Buch einmal gelesen, dass ein Kurs auf jeden, der die Wälder in den Wald fallen wird. Ah, also das muss die Überraschung sein. Nicht in? Das ist gut von mir, aber was über Flynn? Ich weiß. Okay, los geht's! Wenn ich den ersten Speicherpunkt finde, dann war's das erstmal für heute. Muss als Einführung reichen. Aber ich schwöre morgen nochmal. Sehr gut? Mein Schmerz meines Schmerz meines Schmerz. Ich muss sagen, dass ich mich überrascht wäre, wenn du zu natürlich. Ich mag wirklich nicht, zu kämpfen. Ich mag nicht, zu kümmern. Wie liebte du von dir? Aber wenn ich nicht käme, werde ich mich selbst kümmern, oder? Ja, das ist so, wie es funktioniert. Ich wünsche, dass ich zu kämpfen könnte, wie du, Yuri. Du denkst, dass ich das gefühlt habe? Nichts? Ich meine, wie deine Augen schreien. Das passiert nur, wenn du kämpfst. Oh, wirklich? Wow, du bist ziemlich observant. Ja, ich mag, Leute zu sehen. Das ist schrecklich. Und schrecklich. Ein magischer Wald. Mit Viechern natürlich drin. Let's work together! Ah, schauen wir mal. Ich kann ja nicht mal angreifen hier. Oh Mann, der Köter, Alter. Das hat jetzt gepasst. Hier kann man bestimmt auch noch Sachen finden, wenn man sich umguckt. Sag ich doch. Apfelgummi. Ja, ich hab zu viele. Man findet ständig welche. Oh well. Das ist so komische Schnabelviecher. Wunderbar! Ich frage mich, ob die Attacke schon auf der maximalen Stärke ist. Mit den drei Strichen ist das wohl die weitige Level ist. Und dann wird sie gewonnen. Oh, ich fühle mich so stark. Diese Forrest wird uns wirklich auf den anderen Seite der Hände gebracht? Wenn es nicht, wird es nur zurückgekommen. Aber was, wenn ich mich um einen Frock oder einen Zähne durch die Forresten verhörte? Wenn das passiert, werde ich dich umgekehrt. Du ... ... mich umgekehrt? Natürlich würde ich. Kein Worte. Ich hatte Pettfrock und Zähne, als ich Kind war. Wenn du einen Frock oder einen Zähne, Juri, ... ich hätte keine Ahnung, was dir zu fädeln. Ich habe keine Ahnung, was dir zu fädeln. Don't get sloppy! Willst du schlappen? Das ist wahrscheinlich die neue Version von Demon Fang. Siehenschen! Tipp ich mal. Dings! Oh, da hinten ist schon der Boss. Man hat ihn schon gesehen. Siehenschen? Meine Stücke fühlen sich plötzlich kalt. Oh nein, ist das die Verstür? Welcher Verstür soll es denn sein? Die Stimmen von Werken, die hinter den Trennen bieten, ... und rufen uns zu unserer Verstöne. Das klingt verrückend. Oh, Bruder. Was ist das? Ein Blastia? Was macht er in einem Ort wie diesem? Lass uns einen Pause. Ich bin okay. Und dann sie sterben. Du bist okay? Oh, mein Kopf fühlt sich ein bisschen... Ich bin okay. Was hat mir passiert? Du bist plötzlich aufgerissen, nicht wahr? Vielleicht war es der Luft, der mich knackt. Luft? Das ist ein bisschen wie das Wasser, das die Blastia schlägt, richtig? Ich habe gehört, dass wir es nicht sehen können, es durch die Atmosphäre schlägt. Ja, das ist die Luft. Ich habe mal gesehen, dass die Luft zu schlägt kann auf die Leute negativen. Vielleicht ist das, was begann die Ruhmung der Kursen. Hey, du hast nur aufgerissen. Du solltest ein bisschen mehr restieren. Aber ich kann nicht. Wenn wir bald nicht mit Flynn kommen... Und was, wenn du wieder aufgerissen und diese Zeit bist du für die ganze Nacht? Du bist richtig. Ich bin sorry. Ich bin so gespannt, dass wir nie mit dem Hunger trinken müssen. Das ist schon so gut. Ich kann das einfach machen. Kochtutorial Was hat er denn jetzt gemacht? Sandwiches? Mit Brot und Ei? Meine? Kuchen hat auch viele andere Effekte. Das ist praktisch alles, was ich jetzt weiß, wie zu kuchen. Also, um ein Sandwich zu machen, brauchst du ein Brot und eine Ecke. Oh mein... ...die wir gerade hier haben. Nachdem du die ingredienten wählst, ist es Zeit zu kuchen. Und, da bist du. Eine leitende Kuchen. Na ja. Ja. Das ist normal. Schädig, kleine Prinzessin? Ich glaube so. Was ist es, Repeat? Na ja, sollen wir gehen? Oh, da hinten sieht man schon den Boss. Das sieht verrückt. Eine kleine Katze noch. Ach so, das Ding bedroht jemand. Ah ne, das ist einfach nur ein anderes Monster. Ich dachte, da steht ein Typ, der so... Macht. Und dann, äh... Speichern wir und dann ist Ende. Repeat, als ich rausgebracht habe, hast du das schönste Kuchen für mich gemacht. Vielen Dank. Was machst du? Ich bin... ähm... Ich danke Repeat. Repeat? Er ist nicht hier. Huh? Was? Vielleicht ist er mich nicht. Nein, er klingt so wie das, mit ungefähr allen. Dann muss ich einfach versuchen, bis er mich akzeptiert hat. Okay, dann. Das soll dann wohl erstmal reichen fürs Intro. Wie gesagt, morgen werde ich wieder streamen. Wahrscheinlich aber nicht abends, sondern nachmittags irgendwann. Damit ich den Sonntagabend für mich frei genießen kann. Äh, bevor es dann wieder in die harte Spätschicht-Arbeitswoche geht. Ja, äh, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns, wenn ihr wollt, gerne morgen wieder. Wann, weiß ich wie gesagt noch nicht. Guckt einfach in den Community-Tab auf meinem YouTube-Kanal und dann kündige ich den Stream wie immer wieder an. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Abend. Und wir sehen uns, wenn ihr wollt, morgen wieder. Und bis dahin, macht's gut, euer Tempelmasse. Tschüss!